ja moin moin ich mache eine kleine pause in der reibkopf knaller testreihe aber da wir gerade beim thema die blasio elio sind machen wir natürlich weiter mit dem cobra 3 bp4 mit 4 gramm mit grüner visco und wir schauen uns das den gleich mal im live test an nach dem bp4 habe ich noch den großen bruder den 6 bp in silber für euch mit 5,5 gramm aber schauen wir erstmal was der kleine mit 4 gramm kann stay tuned so cobra 3 bp4 1 und 2 ja die waren ordentlich so 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 so